Ja, hallo, mein Name ist Alex Schneider. Ich komme aus Deutschland. Ich bin vor zwei Tagen hier noch in die Türkei gereist, um meine Augen lädern zu lassen. Mein Vater hat sich das vor sieben Jahren auch machen lassen. Er hatte, ja, nur positive Kritiker. Und habe gestanden, geschlossen auch hier hinzukommen. Und war auch halt schon an der Anfang sehr überrascht mit dem Service. Positiv überrascht im Sinne. Und ja, hat es dann auch im Hotel. Das Hotel war auch sehr, sehr angenehm. Dann die Vorderversuchung. War auch sehr, sehr angenehm, freundlich. Ja, dann der Tag der Operation. Keine Beschwerden. Super. Wie kann man nun wirklich wieder wiederholen? Super Service. Hatte zwar für mich die Gefühle, so ein bisschen Angst. Aber das Resultat zählt am Ende. Und das war wirklich, ist unbehaftend, ja, umhauend. Und ab jetzt, die erste Nacht nach der OP, hat mal leichte Schmerzen im Auge. Ein bisschen brennen. Aber es ist auszuhalten. Und die OP an und für sich war auszuhalten. Weil es ist keine Schmerzempfinden da. Oder sonstige Probleme. Die Arzt hat auch immer mit einem Sprachleinnehmer aufgemuntert. Dass man das super macht. Also man kann es wirklich nur weiter empfehlen. Und das kann ich euch auch machen.